Moin, ich bin Lauri. Ich betreibe Lauris Küstenleiner in Dagebüll, ein traditionelles American Diner. Wir sind sowohl für die Touristen als auch für die Einheimischen das ganze Jahr da. Wir arbeiten seit Anfang an mit Vektron zusammen, haben eine stationäre Kasse stehen, die wir allerdings kaum benutzen, sondern hauptsächlich mit den Mobile Apps arbeiten, damit der Bestellvorgang am Tisch und die Bons in der Küche und am Tresen schnell und zügig ankommen und schnell bearbeitet werden können. Was darf ich dir denn bringen? Einmal den Kohl-Pork-Würger ohne Zwiebeln in XL. Mit dem Krautsalat? Ja, bitte. Magst du Pommes, Süßkartoffel-Pommes? Süßkartoffel-Pommes. Dann Ketchup, Mayonnaise. Goldness. Beides. Bestellung ist raus. Dank der tollen Auswahlmöglichkeiten der Mobile App konnte ich auf alle Sonderwünsche der Gäste eingehen. Die Küche hat einen übersichtlichen Bon. Tresen und Küche sind jetzt schon fleißig am Arbeiten. Sobald ich wieder reingehe, steht meine Bestellung parat und ich kann sie zum Gast bringen. Was ich überhaupt nicht verstehen kann in der heutigen Zeit ist, wenn ein Kellner am Tisch die Bestellung noch handschriftlich aufnimmt, um dann zu einer stationären Kasse zu laufen, sie da eintippt, damit dann die Getränke gemacht werden können. Deswegen arbeiten wir sowohl Indoor als auch Outdoor nur mit der Mobile App, damit wir immer sichergestellt haben, dass die Bestellungen schnell am Tresen sind, schnell bearbeitet werden und dann auch zügig zum Gast rausgehen, sodass der Durst oder der Hunger schnell gestillt sind.